Knapp 2,4 Millionen Christbäume werden jährlich in Österreich gekauft. Aber welcher ist der richtige und was muss man beim Kauf beachten? Wieso ist das keine gute Entscheidung? Knapp 70 Prozent aller Haushalte in Österreich besitzen einen Christbau. Das heißt, ca. 2,4 Millionen Bäume verlassen Österreichs Wald in Richtung Wohnzimmer. Am beliebtesten ist die Tanne gefolgt von der Fichte. Das satte Grün und die nicht stechenden Nadel machen die Tanne zu dem beliebtesten Baum. Knapp 40.000 Österreicher entscheiden sich für diese Variante von Baum. Das ist aber keine gute Entscheidung, weil, wie wir alle wissen, Kunststoff ganz schlecht für die Umwelt ist. Daher nun zu unseren Tipps für den Christbaumkauf. Erster Tipp, achtet darauf, dass der Baum biologisch produziert worden ist, weil nur dann ist gewährleistet, dass keine Pestizide zum Einsatz gekommen sind. Zweiter Tipp, achtet auf eine regionale Herkunft. Wenn ihr euch dann für einen Baum entschieden habt, dann macht den Frischetest. Stoßt fest mit dem Christbaum auf dem Boden auf und schaut, ob die Nadel abfallen. Fallen diese ab, dann ist er nicht mehr frisch.